Als ich mich im Studentenwohnheim niederließ, hatte ich ein Problem. Es stellte sich heraus, dass es kein gemeinsames Geschirr in der Küche gibt. Und ich habe sogar keinen Teller mitgebracht. Glücklicherweise gibt es in Deutschland Geschirr zum Verschenken. Das bedeutet, dass viele Menschen gute Dinge verschenken, die sie nicht mehr brauchen. Also habe ich zwei Teller, eine Tasse, eine Pfanne und sogar ein Bügeleisen gefunden. Es ist sehr praktisch. Deshalb haben die Deutschen keinen Kram zu Hause.